Ich schließe mich in einer Kabine ein, setze mich ins kreischende Neonlicht auf den Klo-Deckel und starre die Tür an. Über die Klinke hat jemand mit Edding geschrieben, dass Corinna S. eine abgefickte Hure ist und auf den Strich geht. Wenn ich doch nur irgendwas für die Nase dabei hätte. Ein bisschen Kokain, ein kleines Näschen von Itchys Schrotzblit würde auch schon reichen. Das Kribbeln in der Nase, der taube Gaumen, der bittere Geschmack, der langsam den Hals runterläuft. Das wäre schön. Oder einfach irgendeinen Kick, irgendetwas, das irgendetwas mit mir macht. Ein Tequila mit Orange und Zimt, bizarre Love Triangle hören, über Kopfhörer, so laut es geht. Eine schnelle Nummer hier auf dem Klo mit einer der Hot Chicas oder Corinna S. oder sonst wem. Selbst der Gedanke an einen schönen heißen Kaffee mit viel Zucker erfüllt mich mit gierigen Verlangen. Rausch, Rausch, Rausch. Was wäre das Leben ohne Rausch? Was bliebe dann noch, außer der schnöden Realität, dieser lähmenden Seuche, die alles beherrschen und sich überall breit machen will, die sich ständig als einzig legitime Autorität ausspielt, einen überrollt und stranguliert, bis man isst wie alle anderen und einen langen, leisen Erstickungstod stirbt. Vielleicht hat Silvia ja recht und ich leide wirklich an Dopaminmangel. Vielleicht hat Flo recht und ich habe wirklich Bindungsangst. Vielleicht haben Holger und Yolanda recht und mein Egel vorletzten Schlucken und 5-Euro-Scheinen ist total neurotisch. Und vielleicht hat meine Mutter recht und ich bin wirklich dafür, dagegen zu sein. Und wenn schon, was immer die Quacksalbern-Diagnosen anzubieten haben, mir soll's recht sein. Wenigstens einen Nikotinkick kann ich mir hier und jetzt verschaffen. Ich zünde mir eine Zigarette an, nehme mir drei kräftige Züge, muss husten und zertrete die halb weggeraufte Kippe auf dem Boden. Ich stütze meine Ellbogen auf die Knie und lege das Gesicht in meine Hände. Und dann passiert etwas mit meinen Augen.